Vom Kleintier bis zum Sportpferd. In der Tierarztpraxis Georg Schwandner in Wien befindet sich jedes Tier in den allerbesten Händen. Die umfassende Betreuung für die Gesundheit der Tiere beinhaltet neben der allgemeinen intensiven medizinischen Versorgung und einer Tierpension auch eine eigene Abteilung für Pferdemedizin. Ein wichtiges Augenmerk liegt auf den alternativen Behandlungen, die von Tierärztin Ines Kmenter und Tierarzt Georg Schwandner mit Hingabe zu ihren vierbeinigen Patienten durchgeführt werden. Die Tierarztpraxis Schwandner ist nicht nur an Werktagen für ihre Patienten da, sondern hat am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 11 Uhr geöffnet, wobei, besonders erfreulich, keine Zulage bei der Behandlung zur Verrechnung kommt. Für außerordentlich dringende Fälle außer Haus ist ein 24-Stunden-Notdienst eingerichtet. Dem Team ist es erlaubt, zu diesen Notfällen mit Blaulicht auszurücken, um die schnellstmögliche Versorgung des Tieres zu gewährleisten. Das ist erlaubt, zu diesen Notfällen mit Blaulicht auszurücken, um die Zulage bei der Behandlung zu gewährleisten, um die Zulage bei der Behandlung zu gewährleisten, um die Zulage bei der Behandlung zu gewährleisten, um die Zulage bei der Behandlung zu gewährleisten.